Willkommen beim Lokführertraining im Duisburger Betriebswerk. Heute lernen Sie diese Baureihe 101 in der Verkehrsrouten DB-Lackierung zu fahren. Diese kurze Einführung beschäftigt sich mit den wichtigen Fahrsteuerungen und Fahrgastaufgaben. Steigen Sie ein, um zu beginnen. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Hier werden Sie den Großteil Ihrer Zeit verbringen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Mit dem Richtungsschalter stellen Sie die Fahrtrichtung ein. Stellen Sie die Außenbeleuchtung für den erwarteten Fahrbetrieb ein. Untertitelung des ZDF, 2020 Mit dem Hauptbahnhof lernen Sie, wie man das AFB-Kontrollsystem aktiviert. Lösen Sie die Bremsen und erhöhen Sie die Leistung ein wenig, um loszufahren. Hier ist die Bremsen. Vielen Dank. Schubbetrieb wird eingesetzt, um effizient die Geschwindigkeit zu halten und Motorbelastung und Wartungsanforderungen gering zu halten. Schubbetrieb wird eingesetzt, um die Geschwindigkeit zu halten. Schubbetrieb wird eingesetzt, um die Geschwindigkeit zu halten. Schubbetrieb wird eingesetzt, um die Geschwindigkeit zu halten. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist, die Türen zu entriegeln. Schubbetrieb wird eingesetzt, um die Geschwindigkeit zu halten. Schubbetrieb wird eingesetzt, um die Geschwindigkeit zu halten. Schubbetrieb wird eingesetzt, um die Geschwindigkeit zu halten. Es ist Zeit zum Losfahren. Schließen Sie die Türen. Schließvorgang eingeleitet. Fahren Sie dieses Mal ohne Führung zum nächsten Halt. Mülheim Hauptbahnhof. Sehen wir mal, wie Sie zurechtkommen. Schubbetrieb wird eingesetzt, um die Geschwindigkeit zu halten. Schubbetrieb wird eingesetzt, um die Geschwindigkeit zu halten. Vielen Dank. Vielen Dank. Diese Lokomotive ist mit einer AFB ausgerüstet. Diese erlaubt dem Lokführer, die gewünschte Geschwindigkeit einzustellen. Sofern die Lokomotive unter LZB-Beeinflussung ist, steuert die AFB automatisch die Geschwindigkeit im Rahmen der aktuellen und kommenden Geschwindigkeitsbegrenzungen. Um das AFB-System einzuschalten, stellen Sie sicher, dass der Fahrschalter nicht aktiv ist. Aktivieren Sie die AFB wie angezeigt. Bewegen Sie den AFB-Hebel auf die angezeigte Geschwindigkeit. Sie können jetzt mit dem Fahrschalter die volle Leistung einstellen und das AFB-System wird den Zug auf die eingestellte Geschwindigkeit beschleunigen. Um die Geschwindigkeit des Zuges zu ändern, passen Sie einfach die Position des AFB-Hebels an. Um das AFB-System auszuschalten, stellen Sie sicher, dass der Fahrschalter nicht aktiv ist. Dann deaktivieren Sie die AFB einfach wie angezeigt. AFB, AFB, AFB. Der Zug steht jetzt unter manueller Leistungskontrolle über den Fahrschalter. Der Zug steht jetzt unter manueller Leistungskontrolle über den Fahrschalter. Der Zug steht jetzt unter manueller Leistungskontrolle über den Fahrschalter. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020